Es gehören viel Mut und Zuversicht dazu, seine eigene Firma zu gründen. Trotz herausfordernder Zeiten ist die Zahl der Neugründungen in der Steiermark in den vergangenen zwei Jahren stark gestiegen. So haben sich im Schnitt täglich 13 Frauen und Männer selbstständig gemacht. Viele Steirerinnen und Steirer sehen in der eigenen Firma eine Karrierealternative. Im Gründerservice zählte man im abgelaufenen Jahr mehr als 50.000 Beratungsgespräche. Persönliche wie auch am Telefon. Im ersten Halbjahr 2022 sind laut Wirtschaftskammer 2440 neue Unternehmen gegründet worden. Dieser Boom bei Neugründungen setzt sich auch im zweiten Halbjahr fort. Jetzt hochgerechnet auf das gesamte Jahr 2022 wird es wahrscheinlich in etwa ähnlich sein wie im Vorjahr. Die gefragteste Branche Handwerk und Gewerbe mit 40%. Im Handel, auch Online-Handel, haben 25,7% den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und Information, Beratung und Consulting ist auch stark angestiegen. Daraus genommen eigentlich eher Unternehmensberatung, Coaching, Sozialberatung. Also das ist dieser gesamte Bereich, das natürlich auch aufgrund der schwierigen Situation sehr, sehr stark steigend ist und danach aber auch Transport bzw. natürlich auch Gastronomie. Fachlich sind manche sehr, sehr gut unterwegs, aber da natürlich jetzt den entsprechenden richtigen Rahmen zu finden, die Finanzierung zu finden, das macht häufig Schwierigkeiten. Der Großteil der Selbstständigen, nämlich 75%, entscheidet sich für die Rechtsform des Einzelunternehmens, kurz EPU. Auffallend auch, immer mehr Frauen machen sich selbstständig. Im abgelaufenen Jahr lag der Anteil bei 44,2%. аетkommt, nicht nur jetzt. Nach스�ur der Anteil von 4,3% macht.dknt. 000-bz.000-bz.000-bz.000-bz.000-bz.000-bz.000-bz.000-bz.000-bz.000-bz.000-bz.000-bz.000. Vielen Dank.